Die Leakstrecke bricht nicht ab. Schon wieder gab es einen neuen The Sims 4 Leak, welcher diesmal kein kleines Set vor der Veröffentlichung, sondern das nächste Gameplaypack für The Sims 4 mitsamt Screenshots und Produktbeschreibung geleakt hat. Mehr dazu in diesem Video. Für alle, die schon sehnsüchtig auf das neue Sims 4 Gameplaypack gewartet haben, gibt es gute Neuigkeiten. Der Twitter-User AlumiaItalia hat mal wieder einen besonders für Sims-Spieler interessanten Tweet geteilt, in dem er erste Infos über das neue Gameplaypack verraten hat. Es stand ja schon vorher fest, dass es demnächst ein neues Gameplaypack mit Liebesbezug geben wird. Details wie der Name oder das Veröffentlichungsdatum sind uns aber bisher noch verwehrt geblieben. Jetzt aber zu den spannenden Einzelheiten. Scheinbar wird das Pack The Sims 4 My Wedding Stories, also auf Deutsch Die Sims 4 Meine Hochzeitsgeschichten, heißen. Auch ein mögliches Veröffentlichungsdatum haben wir bereits erhalten, den 17. Februar. Damit steht also fest, dass sich das nächste Gameplaypack um das Hochzeitsthema drehen wird. Jetzt ganz kurz ein kleiner Hinweis. Insgesamt 71 Prozent, die meine Videos schauen, haben mich nicht abonniert. Wenn ihr meine Inhalte interessant findet und immer auf dem neuesten Stand bleiben wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Gestern dann gab es aus einer anderen Quelle noch viel mehr Infos. So wurde nämlich vom Twitter-User Luna Britney verschiedene Screenshots und sogar das Cover des neuen Gameplaypacks geleakt. Die ebenfalls durchgesickerte Beschreibung habe ich mal auf Deutsch übersetzt, die wie folgt lautet. Es ist Zeit zum Altar zu schreiten mit dem Die Sims 4 Meine Hochzeitsgeschichten Gameplaypack. Begib dich auf die Reise des besonderen Tages und plane die perfekte Zeremonie. Vom Hochzeitsantrag bis zum Empfang kannst du jedes Detail anpassen, um die Liebesgeschichte jedes Sims auf einzigartige Weise zu feiern. In der Welt von Tartosa wird alles romantisch. Mach dich bereit zum Feiern. Die eine Frage zu stellen ist nur der Anfang der Hochzeitserfahrung deiner Sims. Nachdem du Ja gesagt hast, wird die Aufregung und Nervosität immer größer. Es gibt so viel zu planen. Wähle Sims als Ehrengäste aus, damit die Hochzeit so lustig wie möglich wird. Veranstalte dann das Verlobungsessen, die Probe und mach das Beste aus deiner letzten Nacht ohne Ehepartner. Hauche deinen Plänen Leben ein. Konzentriere dich auf die Details deiner Hochzeit, wähle das Hochzeitskostüm der Sims und alles, was für den großen Tag nötig ist. Das Menü, die Dekoration, das Abendprogramm, alles. Besuche Orte, die von Community-Mitarbeitern erstellt wurden. Während deine Sims Torten probieren, Blumen aussuchen und die Traditionen anpassen, die den Hochzeitstag zu etwas Besonderem machen. Verpflichtungen bekräftigen. Feiere vor dem großen Ereignis mit der Familie mit einem Probedinner. Tauscht Gelübde, Bündnisse und Küsse vor dem Altar aus, bevor die eigentliche Feier beginnt. Beginne die Zeremonie mit einem Tee für die Familie oder starte direkt mit dem Empfang. Die Hochzeitsgäste und die Eingeladenen können das Tanzbein schwingen, während die Eheleute die Torten anschneiden, Reden halten und Glückwünsche entgegennehmen. Eine Ankündigung nächste Woche Montag ist wohl sehr realistisch, da zwischen Ankündigung und dem eigentlichen Release meistens immer zwei Wochen liegen. Wie die Beschreibung schon vermuten lässt, hat dieses Pack einen starken Hochzeitsbezug. Die Themen Beziehung und Liebe werden also eher eine untergeordnete Rolle spielen. Das fände ich auf der einen Seite ein wenig schade, bisher ist das aber natürlich auch nur eher Spekulation. In den nächsten Tagen sind wir bestimmt schlauer. Dieses Pack wird es ebenfalls demnächst bei Instant Gaming geben, wo ihr bereits jetzt bis zu 60% auf verschiedene Sims 4-Erweiterungen und andere Packs sparen könnt. Schaut in der Beschreibung vorbei, wenn ihr mich unterstützen wollt. Natürlich werde ich ebenfalls mit meinem Kollegen Micha von simtimes.de demnächst über das neue Pack sprechen. Bis dahin könnt ihr in die letzte Folge zum Karneval-Set reinhören. Was denkt ihr über den Leak? Hättet ihr euch lieber ein allgemeineres Liebe- und Beziehungs-Gameplaypack gewünscht oder passt das Thema für euch? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann bis zum nächsten Video.